Und dann, gucken wir mal die hier, da hin, die hier da hin, die hier machen wir jetzt bereit und kloppen drauf. Hab ich Honolulu. So. Ein Handelsweg zwischen Kaokia und Honolulu. Zwischen Manila und Honolulu. So, zack. Perfekt. In diesem Gefehle. Wer war da? Ihr könnt euch verschanzen. Ihr könnt euch auch verschanzen. Ihr könnt neue Dinge bauen. Ihr geht bitte... Äh, hier hoch? So. Der, was kann er bauen? Drei Produktion. Ja, das ist gut. So. In der Lancia. Schilt's ne Runde. Du brauchst ne Runde. So. Nächste Runde. Der Schütze. Herr Schanz sich. Er auch. Die können jetzt... Die können jetzt... die mir für einen Start-up. Der Schütze. Das ist gut. Der Schütze. Der Schütze. Der Schütze. Der Schütze ist nicht mehr. Der Schütze ist ein Bild. Der Schütze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die sollten wir auch noch wegkaufen, aber das geht irgendwie nicht. So, geht nicht mehr, also warte es in Ordnung. Auch. So, dann haben wir hier noch einen Lancia. Der geht dann mal mit hier runter. So. Der wartet auch eine Runde. Ne, der hätte es jetzt heilen können, aber egal. Nächste Runde. Die Gatling-Kanone, die macht mal hier sofort ein bisschen Heilung und so. Die hier verschanzt sich. Und nächste Runde. So. Harald Blautern den Krieg erklärt. Und das werden wir auch noch von Österreich denunziert. Ich glaub das ja nicht. Wir sind in der Renaissance. So. Noch eine Runde haben wir die Luftfahrt entdeckt. Sehr geil. Kube wurde befördert. Yeah. Eine unserer Spione wurde befördert. Find ich gut. Das hier fällt mir. Die bombardieren uns hier. Was aber nicht so schlimm ist. Das ist sowieso unser. Na komm. Luftfahrt. Die Luftfahrt war weder Industrie noch. Hey. Im Namen des großen deutschen Volkes heiße ich euch willkommen. Wir haben Deutschland entdeckt. Die Luftfahrt war weder Industrie noch Wissenschaft. Sie war ein Wunder. Igor Sikorski. Ab jetzt können wir drei Decker. Weltkriegsbomber. Und. Und. Gold von der Modisernisung Moa erschafft wird um eins erhöht. Naturwunde gefunden. Wir haben Sripada gefunden. Sehr cool. Wir haben Doppel. Aura. 1 Aura. 1 Aura. 2 Aura. 4 Aura. Aura. 1 1 Aura. 4 1 1 2 2 und dann ist ja und heilig was soll es hier eine beförderung das eine beförderung das befehle was so ja heilig erst mal und nichts tun und schanzen und doch 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 genau gerade gebaut also so das steht hier und so ein agent befördert und spion in samoa getötet und eine befehle heilig und du kommst jetzt hier runter und ein bautropft er auch was bauen darf und hier ich bin hier so jetzt so und wenn der länder anwalt hat 50 Produktion für die zweite er für die Vertreter Europäer Tom Garni doch von einem Euro ihr landfähiges Mal hierüber dahin so nächste runde harun al-rafid hat das hat das zeit der renoßungs erreicht jetzt haben wir auch noch deutschland gefunden es fehlt noch ein einziger eine die ich mir lange kollege nicht mehr lange so die nächsten weg oder eben noch jetzt kommen wir zurück hier ohne ohne dinger ist echt scheiße ein goldes zeit alter wunderbar so neues bauprojekt war das ja und lancia und lancia und lancia und lancia und lancia eine beförderung zack 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 so befehle jetzt kommen wir erstmal hier renaissance erreicht vorstellender brüssel den krieg erklärt brüssel wird angegriffen decken als naturwundes ganz hier wurde bombardiert ganze zeit alter so rüber gehen nach da unten so und ihr auch nach und das und die die hier noch angreifen können aber ich kann immer nur hoch ich kann immer so was mir also doch ich musste direkt daneben stehen genau so rechtsgebäude und dann ziehen wir gleich mit der artillerie nach ragoza hier jetzt mal eine runde verschanzen hier so ihr halt euch ich nehme mit die hier und stell die mal so ein bisschen nein ich bin da über die bilder zu denen genau so und sie auch nächste runde so läuft das hier wunderbar so macht das spaß welche sind noch die von einem material warum nehmen die noch das sie sich hier noch wehren das ist ja wohl echt dreiß also ändern wir gleich mal das kriegt du gleich zurück hier bautruppauers so befördern produktion machen wir die weltkriegsbombe oder bauen wir erstmal hier eigentlich kann man die weltkriegsbombe bauen hier oder bauen wir hier hier unten mal ein bisschen ausmachen morselanturm ach komm hier was solls museum bauen wir das mal mit aus noch krankenhaus bauen wir das mal mit aus bauen wir das mal vorne aus so hier windmühle produktion von gebäude zerkommen rein was soll es wassermühle war das gut auf jeden fall genau so so kommst du irgendwo mit waffenkammer installungen einer geförder so wenn ich gefehle mhm abwarten bis ich hier mit in ragusa fertig bin das kann zu tun so du gehst rüber so das war's glaub ich ne ne doch nicht da gehst du auch noch rüber so du bleibst mal da stehen so nächste runde w ich du w 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 Amerika hat euch denunziert, dafür hasse ich euch auch. Jerusalem ist bankrott, Laser bricht die Quest ab. Alter, ihr werdet ganz schön dreist hier. Brüssel fordert Einheiten an. Ich helfe euch. Ich helfe, Brüssel. Wo war das? Bevor ich es vergesse. Ein Geschenk. Einer schenken. Ihr kriegt. Verdammt. Ein Geschenk machen. Einer schenken. Ihr könnt die haben. So. Produktion wählen. Punknaus. Windmühle. Windmühle. Einheiten befördern. Einheiten befördern. Einheiten beförderliche Befehle. Hebel. Der Cletsch ist weg. Schau. Leine geist. Er hat sich mit 1 Matti ausge. Ein Matti. So, ihr macht jetzt nichts mehr. Ihr geht jetzt hier rüber. Ihr geht auch hier rüber. Sieh ich immer noch, dass die Babylon immer noch da sind. Nächste Runde. Ach komm, hier, zack. So. Warte mal, ich habe einen Fehler gemacht. Ach ne, die... Einen müssen ja noch kommen, ne? Ja, die sind auf dem Weg. Genau. Und ich befehle. Ja, schatzweg. Jetzt die Runde. So. Ich bin mal gespannt, was hier noch kommt, ey. Ja, kalt der Kaffee begeistert. Halbusa sieht nicht so begeistert aus, was wir jetzt in dem Gebiet sind. Ein Gegner ist in der Nähe. Ich bin gespannt, welcher Gegner. Ist es eine Tatsache oder habe ich davon geträumt, dass durch die Elektrizität die materielle Welt ein großer Nerv geworden ist, der tausend Meilen weit in einem atemlosen Zeitpunkte vibriert? Nathanael Hawthorne. Waserkraftwerk, Börse, Polizeiwache. Und zeigt Aluminiumhörkarten. So. 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 Nächst, du. Produktion wählen. Windmühle. Ähm, Windmühle. 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 Horschenwählen. Kühltechnik. So. U-Boot. Stadion und Bordinsel. Hm. Funkwesen. Funkturm. Eiffelturm. Nationalen der Nachrichtendienst. Aha. Weltkriegsinfanterie. Militärschutzpunkt. Krass. Freiheitsstatue. Und Ballistik. Flugabwehrgeschütze Maschinengewehr. Zack. Einheit befördern. Einheit befördern. Befehle. Gut, Befehle machen wir sowieso gleich erst, sondern gehen dann nämlich jetzt schon mal hier runter, zurück nach Almaty. Attacke. Geht nicht, verdammt. Ähm, gut. Artillerie kann nichts mehr machen. Ähm, du gehst damit, äh, äh, wohin jetzt? Nach, nach da oben, genau. Du heilst dich jetzt. Du machst nichts. Du machst nichts. Du verschanzt dich. Du kannst, hier kannst du mal nach Bukkan was reingehen. Machst du schon ein bisschen, bist du schon drunter. Ja, dann hier, Bereitschaft. So. Nächste Runde. Die Games sind mir ganz gut befreundet, anscheinend. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, wir erwarten einen Krieg. Dann machen wir jetzt schon mal schnell den Ragusa fertig und dann... ...gibt sie gleich Krieg. Dann schicken wir unsere Einheit gleich mal nach oben. Zum lieben, so im Gialischen. Nicht mal befreundet mit Brüssel. Wenn mir das wohl Zeit ist, wird es auch... ...so im Giaisch... ...so im Giaisch... ...so im Giaisch... ...typen da... ...in... ...einer da... ...keine Ahnung, was da... Ich weiß nicht, wie das drauf gesprochen wird. Ist mir auch egal. Wir werden wieder leiden. Manila ist breiter ein Bauprojekt. Windmühle. Windmühle. Und die Windmühle. Und jetzt geht es hier weiter. So, mach dich bereit. Zum Schießen. Wadabu. Und da auch nochmal. Du bleibst ja in Bereitschaft. Ihr... ...macht nichts. So... ...dann würde ich mal sagen... ...geht mal rein, nach Timbuktu. So, geht es jetzt mal... ...da hoch. So, ich brauche mir eben hier meine... ...Militär-Sicht... ...Gatling-Kanone. So, geht es auch mal da hoch. So, geht es auch mal da hoch. So, geht es auch mal da hoch. ... Der langt hier, ja... ...ee... ...hier wird nicht mehr ausgeruht... Schat stationiert. Bis zur Heilung. Ist ok. Schat stationieren. Ausruhen. Zum Wasser. Zum Wasser. Zum Wasser. Wir gehen jetzt mal alle hier hin. Ihr seht das gerade. Hatte gerade einfach einen Grund. Dass sie halt dann wissen. Warum sind die Ritter nicht hier unten die ganze Zeit? Hier können wir hier nach Samoa rein gehen. So. Hier oben tauchen wir nämlich alle auf. Das heißt ich schicke jetzt alle hier nach oben. Ne ähm. Ich schicke die alle an eine Stelle erstmal. Und dann gucke ich nachher wie ich mir das dann aufbaue. Verstands. Dann gehst du mal mit hier nach oben hin. Schat stationieren. Dann gehst du auch mal mit hier nach oben hin. Du auch. Modernisierung bauen. Bauen alle auch zum Beispiel Modernisierungen. So. Hier. Nichts tun. Auch nichts tun. Nichts tun. So. Nächste Runde. Ich hab nicht angerufen, oder? Ich hab nicht angerufen, oder? Darf ich noch angreifen? Ne, ne? Also nicht tun. Nichts tun. Nichts tun. Nichts tun. Nichts tun. Ich glaube da wird gleich der nächste Krieg kommen. Habe ich das so für gefühlt. Ich weiß nicht vorher, aber ich vermute es. Das kann doch interessant werden. Ich hab noch nie so lange gespielt wie jetzt gespielt. Ich hab immer nur angefangen zu spielen und nie wirklich gewonnen oder sowas. Ja. 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 Börse. Für mehr Gold, ja. Fett. Wunderbar. Wunderbar. Noch eine Börse. Und eine Windmühle. 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 Und einen Leuchtturm. Den bräuch ich nicht. Kolosseum Temple Waffenkammer. Politik einführen.